Und zum anderen für den künstlerischen Wert und die B-Note ist dann letztendlich die Ausführung, das kennen Sie ja grob, vom Eiskunstlauf. Vorletzte Teilnehmerin in diesem Bandfinale ist Natalia Lipkovskaya aus Russland. Und sie hat das Seilfinale hier gewonnen beim Masters und gehört mit 1,75 Meter zu den größten Gymnastinnen überhaupt. Musik Musik Das ist also die Vorführung von Natalia Lipovskaya. Sie sehen oder hören, besser gesagt auch die Unterschiede der Musik, während Diana Batischnar beispielsweise der modernen Pop bevorzugt. Die Musik turnt Natalia Lipovskaya zur Musik von Anton Bruckner. Also Musik aus dem vorigen Jahrhundert, passt natürlich sehr schön zu dieser ja sehr künstlerischen Sportart. Sie wird in einer Woche, 18 Jahre, also volljährig, kommt aus Krasnoyarsk in Russland. Und ihre Wertung 19,816 Punkte, also hinter Jana Batischnar, noch vor Elena Vitrychenko.